Hey Leute, ich bin Niklas von Premium Lombards und ich stelle euch heute den OG Lukas in der Trap Version vor. Wie ihr sehen könnt, ist der Rucksack geeignet für die Schule, zum Skaten und für die Uni. Hier, wie man schon sehen kann, kann man gut ein Skateboard, ein Longboard oder andere Boards anbringen. Und ich zeige euch jetzt mal alles, was man so in den Rucksack verstauen kann. Also hier ist jetzt erstmal das Board, das werde ich weglegen. Hier sind halt diese Laschen, womit man das Skateboard anmachen kann. Und hier ist jetzt die erste Tasche, dann kommt hier eine zweite, hier ist die zweite Tasche und hier ist dann die dritte. Fangen wir mal bei der ersten Tasche an. Die ist zum Beispiel geeignet für ein Multitool, ein paar Stifte, ein Schlüssel und ja, also dann gibt es hier vorne noch weiter. Die dritte Tasche, die ist hier, da, da kann man auch noch was rein tun. Und ja, in der zweiten Tasche, die ist hier oben, da sind jeweils zwei Fächer, die auch etwas gepolstert sind oder in etwas weicherem Stoff, also sie sind gleich in etwas weicherem Stoff verarbeitet. Hier kann man zum Beispiel eine Digitalkamera rein tun oder jetzt zum Beispiel wie mein Fall ein Handy und ja, dann vielleicht noch ein bisschen Kleingeld oder so. Und jetzt kommen wir zur größten Tasche. Die befindet sich ganz hinten. Die ist zum Beispiel geeignet für einen Block für die Schule oder für die Uni. Da passt auch locker noch ein Tablet rein. Und was ich besonders gut finde ist, hier hinten ist nochmal eine Laptop Tasche, die ist auch sehr gut gepolstert. Und ja, die ist hier auch wieder schön mit diesem weichen Material von innen bezogen und ist ein wirklich sehr, sehr gut gepolstert. Also da kann auch nichts kaputt gehen. Und hier an der Seite hat der O.G.O. Lucas, wie gesagt, in der Track Edition noch ein, also zum Beispiel für diverse Kleinteile oder halt in meinem Fall jetzt zum Beispiel was zu trinken. Und auf der anderen Seite gibt es das gleiche auch nochmal. Und hier an der Rückseite, die ist halt auch ziemlich gut gepolstert. Und wie ihr jetzt schon vielleicht seht, ist hier ein Brustgurt. Der ist dazu da, wenn der Rucksack mal etwas schwerer ist, damit es erleichtert wird zu tragen. Und man kann den Rucksack halt auch wirklich in sehr viele Größen einstellen. Ich finde den Rucksack der, ähm, ich finde den halt ziemlich praktisch. So Leute, das war jetzt das Produkt Review von dem O.G.O. Lucas in der Track Variante. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.